Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück mit einem neuen Let's Play Alan Wake. Ihr kennt mich, wir wollen nicht lange rumtrödeln. Auf geht's. Ähm, Schwierigkeitsgrad, ich würde sagen normal, ne? Leicht, wollen wir nicht. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Alan Wake. Guter Einstieg. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dort hinzukommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Folge 1. Albtraum. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Er ist weg. Komisch. So, sehen Sie zum Scheinwerfer auf. Was? Mit. Drehen Sie die Kamera. Ah, ach so. Kehren. Nein. Alles gut so. Da, wo ich hingucken möchte, gucke ich hin. So, gehen ist klar. Okay, sehr schön. Warte mal, bin ich nicht gerade von dort gekommen? Ich war mir sicher, dass ich gerade aus dieser Richtung gekommen war. Aber jetzt war die Straße blockiert. Ja, Zoll. Äh, ja. Kein Problem. Alan, wir schlafen. Ach, verdammt. What the fuck? Das sind meine Bücher. Ich lasse die erstmal liegen. Mein Auto. Ich musste zum Leuchtturm. Ist ja eh kaputt. Und was Wichtiges wartete dort auf mich. Beim Zusammenprall hatte es den Kühler erwischt. Das Auto würde nirgendwo mehr hinfahren. Hm. Ja, es sieht echt schlimm aus. Das stimmt. Heilige Scheiße. Boah, blendet das Licht. What the fuck? Ei, ei, ei. Rain Cove Point. Ah, da wollen wir nicht hin. Ich glaube, wir gehen einfach mal rechts lang. Ja. Sieht sicher aus. Da ist ein Loch im Boden. Da gehe ich hin. Da befindet sich auch höchstwahrscheinlich ein Telefon. Hm. Ne. Hunger habe ich jetzt keinen. Wow. Was war das? Äh. Äh. Was ist mit dem Typen los? Oh, holy crap. Was? Äh. Alter. Was ist denn mit dir? WTF? Ey, 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 ey. Das. Alter, ich habe nur ein Buch geschrieben, alter. Ohne ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördre sie ins Graal. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keine künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkattiges Geschwafel. Mehr haben sie nicht drauf. Sehen sie mich an. Sehen sie ihre Arbeit an. Alter. Das war aber mal eine Kritik. Autsch. Ey, das tat sogar weh. Was ist denn mit dir? Ne, das gefällt mir nicht. Zum Glück habe ich den Typen angefahren. So, wir gehen weiter. Ei, 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 ei. Was haben wir denn hier? Missing sind? Hä? Das sind viele, oder? Ja, okay. Der hat ein paar Stock in dem Gesicht. Vielleicht sind wir es doch nicht. Oh Gott. Jetzt habe ich sogar das Springen verloren. Was? Gott. Was für ein Termin? Ey, du bist nicht mein Boss. Sag mal, was ist denn mit dir? Warum ist das jetzt abgeschlossen? Kannst du mal bitte hier für mich öffnen? Heilige Scheiße. Nochmal rechtzeitig ausgewichen. Ich erkannte, dass du eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Okay, mir ist das gerade nicht aufgefallen. Obwohl ich das Buch geschrieben habe. Merkwürdig. Gott. Wow. Meine Fresse. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Alter Falter. Lauf, lauf. Holy shit. What the fuck? Ey, das, das habe ich nicht geschrieben. Definitiv nicht. Äh. Alter Falter. Lieber rennen, lieber rennen, lieber rennen. Junge, junge, junge. Oh. Ja, ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh Gott. Ich beinne mich schon, ich beinne mich schon. Oh fuck, es kommt, es kommt, es kommt. Ich bin da. Oh. Ey, was? Alter, ich verstehe dich kaum. Äh. Alter. Ja, 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 ja. Ey, da, was ist mit dir? Hä? Ey, ich will gucken, was mit dir passiert. Oh. Heilige Scheiße. Ach, er ist das? Äh. Oh shit, Alter, komm lieber rein. Komm lieber rein, mein Freund. Oh. Mitten auf die Zwölfer. Fing. Fing. Klassischer Fall von einem Stalker. Scheiße. Was machen wir jetzt? Wow. Ist mich. Äh. Nicht heute. Nicht heute. Nö. WTF. Alter, Falter. Ja. Definitiv. Fuck it. Alter, das reißt mir die Hütte hier auseinander. Oh fuck. Oh fuck. Ja, 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 danke. Danke, ich komme, ich gehe sofort. Ja, ja, ja. Du, das kannst du mir glauben, dass ich das mache. Oh. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Okay, mache ich, mache ich. Äh, äh, danke. Ich denke mal nicht, dass sie Gott sind. Puh. Hä? Ja, das... Äh. Äh. Ja. Ja. Oh, nein, natürlich. Zum Licht. Ah, okay, aber ich würde sagen, da du gerade diese Treppe so schnell wieder aufbauen konntest, hast du Lust, mir eine Hütte zu bauen? Ey, das wäre perfekt. Äh. Okay. Wo? Boah, die Gotteswaffe. Danke. Mach ich, Gott. Aber irgendwie... Oh. Warte. Batterie war leer, mein Freund. Batterie. Ah. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist der Drohung. Er ist ihr Feind. Okay, okay. Was jetzt? Boah, immer doch. Immer doch. Tja, ohne Dunkelheit geht nichts bei dir, mein Freund. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich ging nicht nur jetzt Ihren Traumzeug. Danke dir. Herr Licht. Der Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Junge, 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 Junge. Herr Spur. Hey, 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 hey. Bleib mal ruhig mal freuen. So nicht mit mir, meine Freunde. So nicht. So, wo müssen wir dann? Oh, what the fuck, zwei? Oh, scheiße. Oh, ich hänge hier fest. Oh, scheiße. Oh, WTF. Das ist nicht euer Ernst. So, gleich nochmal. Jetzt nicht mit mir. Oh, das war knapp. Stirbt, Alter. So, aber jetzt wollte ich nochmal gucken, wofür war ich zu dick. Ja, tatsächlich. Hierfür bin ich definitiv zu dick gewesen. Ja. Ei, ei, ei. So, jetzt aber schnell hoch hier. Was haben wir hier? Emergency, das hört sich gut an. Ein Telefon? Ach, eine Leuchtpistole. Was soll ich denn damit machen? Verdammt. Revolver und Leuchtpistole. Lieber Revolver. Ist das so? Bist du dir da wirklich sicher? Ja, ich würde sagen, ihr seid definitiv tot. Ich nicht. Ha. Ihr Vollidioten. Oh Gott, das war rauf. Ah, hier geht ab. Sterben? Wo? Du, ja. Kannst froh sein, dass ich keine Axt habe. Ich werde es jetzt... Oh. Wo kommt der denn auf einmal her? Hey, hey, hey. Ich glaube, ich hau mal lieber ab. Und ich stehe schon wieder hier. Ich muss auf jeden Fall abnehmen. Ich scheine definitiv zu fett zu sein. Alter, hört auf mich zu verfolgen. Was ist denn mit euch? Komm, du schlippst jetzt auch noch. Komm, schneller, schneller, schneller. Puh. Sehr schön. Krass, ey. Mann, ich sollte abnehmen. Ja, schon wieder. Wow. Heilige Scheiße, Alter. Ich renne mal lieber. Oh, fuck. Alter, Alter. WTF. Heilige Scheiße. Das war knapp. Oh, meine Frise, ey. Was ist denn sein Problem? Er lebt doch noch. Oh, das nehmen wir mit. Das ist... Keine Ahnung, was das ist. Oh, es kommt näher. Es kommt näher. Ey, ey, ey. Nein. Oh, schnell rein. Oh, heilige Scheiße, ey. Ja, bleib bloß draußen, ey. Oh, es ist abgehauen. Nochmal alles gut gegangen. Oh, wo kommt denn immer das Licht her? Ja, okay. Ich denke mal, dass ich da hochgehen werde. Äh. Oh, scheiße. Keine Sicherheit mehr. Aber wer hätte es sich das gemacht? Ich gut. Ich gut. Er ist hier. Oh, es 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 ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020